Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich habe vor einiger Zeit oder schon ziemlich langer Zeit diese Lampe mal selber gebaut. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das war so ein Bausatz. Und hier vorne kann man so verschiedene Bilder reinmachen. Zum Beispiel hier dieses vom Feuer. Und dahinter ist eine Glühbirne. Also eigentlich eine ganz einfache Lampe. Da kann man aber ziemlich viel mit machen. Und ich finde, es ist an der Zeit. Ich bin ja im Moment ein bisschen dabei für den Frühling alles zu rüsten hier im Studio. Und ich möchte die Lampe jetzt heute ein bisschen frühlingshafter gestalten. Dafür habe ich mal wieder meine Washi-Tape-Sammlung. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe die Lampe mal zur Seite gedreht. Ihr seht, das ist ja so ein sehr schönes Holz. Und hier oben ist es schon ein bisschen fleckig geworden. Und das ist einfach von der Sonne ein bisschen ausgeblechen. Und auch vom Staub ein bisschen. Und man kann das natürlich entweder ganz fein abschleifen mit Schmirgelpapier. Aber ich habe mir überlegt, ihr wisst ja, ich mag ja Washi-Tape so gerne. Ich werde jetzt hier einfach ein bisschen was mit Washi-Tape dekorieren. Vielleicht habt ihr schon gesehen, hier hinten kommt ja so ein schwarz-weißes Kabel raus. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, das Ganze so ein bisschen schlicht zu halten. Und nehme schwarz-weißes Washi-Tape. Ich möchte die Fläche hier oben jetzt so schwarz gestalten an den Seiten. Und hinten lasse ich alles im Holzlook. Ich klebe jetzt gerade hier Streifen für Streifen Washi-Tape auf. Und ich versuche mal darauf zu achten, dass das Ganze so ein bisschen im Muster gleich bleibt. Also klebe das hier so auf, dass es so eine einheitliche Fläche ist. Jetzt ist meine Lampe hier hinten kaputt gegangen. Das ist ja eigentlich ja reingeklebt. Anscheinend hat sich der Kleber hier gelöst. Das muss ich natürlich jetzt gleich nochmal ein bisschen nachleimen. Die hintere Wand habe ich jetzt versucht nochmal mit Leim anzukleben. Ich hoffe, das hält. Und ihr habt gesehen, hier oben, da habe ich immer so ein bisschen Washi-Tape am Rand überstehen lassen. Dadurch war es einfach ein bisschen einfacher für mich, das hier ordentlich aufzukleben, sodass das mit dem Muster gut passt. Und hier schneide ich jetzt das einfach einmal gerade ab. Ich finde, das sieht schon mal sehr schick aus. Diese Kombination aus Holz und oben diesen schwarz-weiß. Und das passt ja auch super gut zu dem Kabel, das mit dabei ist. Aber das sieht noch nicht ganz frühlingshaft aus. Deswegen wird es jetzt noch ein bisschen bunter. Dafür habe ich ja hier einmal diese Scheibe, die vorne davor war. Und dahinter war noch so eine Milchglas-Scheibe. Und diese Milchglas- oder das ist aus Plastik, also Glas ist der falsche Ausdruck, die werde ich jetzt bekleben mit Washi-Tape. Ich finde, das sieht schon sehr schön aus, aber das ist noch so gestreift im Ganzen. Deswegen, ich stelle mir gerade einfach noch vor, so eine rote Blume, wie man die hier auch in dem Washi-Tape sieht, dass die hier unten noch so in der Ecke ist. Und das werde ich jetzt mit diesem Washi-Tape hier noch versuchen. Und so, jetzt kommt das Ganze hier wieder rein. Und dann bin ich gespannt, wie das aussieht, ob da auch noch genug Licht durchscheint. Also erst diese Folie wieder reinmachen, die ich beklebt habe. Und als Schutz kommt ja von außen hier noch eine Glasscheibe. Oh, und die Glasscheibe hat schon bewirkt, dass das Ganze sich hier leicht wieder löst an der Seite. Also am besten beides direkt zusammenlegen und zusammen hier reinstecken. Und so sieht die Lampe aus, wenn sie leuchtet. Also mir gefällt es gut. So einfach kann man aus einem alten Möbelstück wieder was ganz Neues machen. Vielleicht braucht ihr auch noch irgendwie ein bisschen eine Auffrischung für irgendwas in eurem Zimmer. Oder möchtet einfach irgendeiner alten Lampe oder irgendeiner alten Kiste einen ganz neuen Look verleihen. Einen Frühlingslook. Ihr habt gesehen, wie ich das gemacht habe. Ganz einfach, aber man kann da so viele verschiedene Sachen machen. Entweder mit Washi-Tape oder bemalen. Wenn ihr so eine Papierlampe habt, da kann man auch Washi-Tape draufkleben. Das habe ich auch schon mal gezeigt in einem unserer Videos. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr dabei sein konntet, wie ich meine Lampe hier neu gestaltet habe. Wenn sie euch gefällt, vielleicht möchtet ihr es unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht möchtet ihr auch schreiben, ich hätte die Blume hier weggelassen. Ich hätte dafür lieber hier oben ein Herzchen hingemacht oder sonst irgendwas. Gerne einfach alles unten reinschreiben. Und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!